Ich werde gleich sehen, ob ich's machen kann, Naik. Okay. Oder ob ich dann sterbe. Ja, das Zweite. Was willst du da machen? Das geht gar nichts an. Boah, so privat. Boah. Melvin, nein. Ich warte einfach, bis einer High Five macht. Ja, geht doch. Und zwar eine hübschere Person als du, Melvin. Du bist ein Arsch. Boah, hey, was kennt man sonst von dir? Voll mit dem Kopf in die Spitze. Okay. Oh Gott, ich treff gar nicht. Was hast du denn für ein Blaster am Rücken? Also, Ike, ich kann dir das Ding jetzt schicken. Bei WhatsApp? Mhm. Na ja, da muss ich dann drauf gucken. Okay, Slurpee. Okay, das geht auf. Wird schon aufgenommen. Ja. Du hast immer noch dieselbe Aufnahme. Oh, klar. Hallo, Jutian. Bus wird rausgekattet. Ja, es kommt ganz schön spät, Melvin. Tschüss, du gehst zu der Hopi. Tschüss, Melvin, hau ab. Melvin. Nee. Das ist, das sind nur fucking... Ich, ich. Eik, hast du ihn bekommen? Das Handy hat echt. Eik, ja. Achso. Aber ich kann jetzt nicht drauf gucken. Ja, okay. Schneesturm. Toll. Immer, wenn Melvin rausspringt, kommt der Schneesturm. Melvin, mach mal den Arsch zu. Heiß und frisch. Ich seh halt einfach gar nichts. Ich weiß nicht, wo ich lande. Ja, nicht bei mir. Oh nein, falsch recht. Benny, tschüss, hau ab. Geh zu Slurpee, wo die anderen sind. Oh, nee, hier kommen genug runter. Ich seh ja nichts. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich seh... Oh, ich bin mit gegen den Auswand geklatscht. Ich folge einfach den Punkten. Und will zu den Punkten gehen. Ja, die Punkten sind falsch. Wir haben die aber auf Spaß gesetzt, damit Marco sich aufregt. Leck mich am Arsch. Was läuft bei uns in Slurpee sind auf jeden Fall welche. Ja, ja, ich hatte welche Lampen sehen. Licht, Lichtschwerter. Markier. Warte. Guck doch auf die Met, da weißt du doch, wo ich bin. Endlich ein Geschenk nach der ersten. In einer halben Ewigkeit. Blanke Dato. Ja. Alter, ist das katastrophasch. Äh, noch mehr Lichtschwerter. Instant zwei Lichtschwertkisten. Läuft bei mir. Ich glaube, die Chance wird immer größer, dass man die findet. Ja, erst mal ein bisschen gelaufen. Ja. es für sie ich sehe gar nix gern geschehen ich sehe auch fast nix ich auch nicht ich sehe weiß sagen wir es so das bessere Kokain sehe ich ah ok also es ist keiner besser ey das ist nervig keine Ahnung die hab's noch nie ausprobiert das ist halt realistisch ja aber es ist trotzdem irgendwo auch wieder nervig was denn Schneestürme ich finde man hätte sie nicht ganz so extrem dicht machen müssen ich finde sie geil aber nicht ganz so extrem man sollte die nicht so oft einbringen ja das Auge halt so man sie hat die Hand vor und mein Auge nicht mehr du hast ne Hand hast du die vorher noch ach hast du die Hand hast du die Hand aber vorher noch gewaschen bevor du sie dir vor das Auge hältst weil nicht dass du noch Rest den Rest Zeug dran hast ja da war jetzt schon kein Bock hier sind halt noch mehr Lichtschwerter und bei mir rennt einer da werden Schneemann abhauen der ist jetzt runter gesprungen der feige Arsch kann der entkommen wo denn äh der ist hinten raus oh Schneestürme hat aufgehört äh schon lange ähm wo waren die Lichtschwerter nochmal bei uns wir haben drei Kisten hier in dem Haus verteilt da ist noch einer ich hab jemand mitgebracht sei sei wo sind sie hier eine grüne Sniper eine grüne MP mehr hab ich nicht toll und Lichtschwert ja und Lichtschwert aber das werde ich selten einsetzen ich will halt noch eins finden ich finde eure scheiß Kisten ich wohne oben unten mitten äh hier kannst bei mir hier draußen ja ok nach da so hier Maze mein Gott ich hab immer noch keinen Sniper ey hast du ne andere Waffe für mich dann geb ich dir meine äh was willst du denn ich hab äh bis jetzt nur zwei Pistolen und eine Sturmgewehr dann hab ich das dann würde ich das Sturmgewehr nehmen ja von mir aus wo bist du denn äh hier was ist das denn für ne Sniper ne blaue äh ne grüne aber aber wir können ja dahinter zur Aufrüstwerkbank rennen ja wenn jemand was anderes goldes hat tauscht dich Benni tauscht dich die goldene Waffe ich hab ne goldene Sniper ja wenn du ne andere goldene Waffe hast ne Aik hallo hallo ja ich will Zeug sammeln um das hier äh äh um die aufzuwerpen ja ich will ja auch aufwerten äh die äh das Dschunggewehr dann werte ich natürlich auch auf hast du auch grün ja 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 ich brauche halt nur noch Leute 150 müssten ja ausreichen war das 250 ne 150 reichen 150 reichen von blau auf ähm von blau auf lila sind es 250 mp ok wie Benni hehehe da ist ne blaue mp hat jemand Minis also kann jemand sonst reinstecken äh ich hab schon sechs stück ok wer ballert da wer ballert da Eik kauf warte ich geh die jetzt nur noch scharf rüsten und Kiste looten oh oh Geschenk ey gib das her kohohoho Eik ist mal wieder stinkig wenn es um Geschenke geht hehehe oh wer will das Haar was hier drin aber was denn medik ist ne das da die will ich nie auf dem willst du kann Salben sturmen weil das kacke ist welche Salben die nehme ich gerne Danny hast du jetzt einen Salben sturm oder was denn? ja ein goldenes Charging gegen goldenes sniper? mit einem blow sniper ja ich hab ne goldenes sniper deswegen und das ist meine ich hab auch in Arbeit das einzige das ist meine und die äh die ist meine einzige noch dir genau ich ey wer du lass das du 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 Oh Wir waren gerade voll synchron da, Ako Tschüss, Haus War schön, dich kennengelernt zu haben Das zu Bandagen war super Aber da ist ein Gegner Dann töte sie Okay Nimm deine komischen Steinklump mir mit und töte sie Ich brauch nur noch 130 Holz, dann kann ich Lila Sturmgewehr machen Ich brauch nur 120 Dann kann ich was machen Und ich schaue es gleich zusammen Ich brauch nur noch zu viel Oh ne, ich nehm Biggie mit Mit die Kirche oder Biggie mit der Kirche? Benny, bau sie doch mit der Spitzhack ab Kriegst du mehr Material raus Nee, das macht aber so mehr Spaß Also ich hab alles, was ich brauche Ich brauch nur noch 10 Holz Hab ich schon Oh, Munition Also ich hab 3 Biggies und 6 Minis im Inventar Mhm Okay So Sind da Sturmtruppen? Japp Der hat mich grad auf mich abgesehen Also irgendwas 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 schießt grad auf mich Hab einen Benny Pass auf, bei dir sind welche Benny Oh toll Schön Schneesturm Ey, das kommt uns grade zu Bute Ihr lasst uns hier mit Gegnern alleine Hä? Ja, bei uns sind welche Achso Ja, bei Benny nicht Der ist ja da unten Doch Direkt da Direkt da unten Achso Benny versteckt mich im Schneesturm Vor allem, ich schieß einfach wahllos dahin, wo nichts ist Da wurde gebaut Ja Ich hab noch nicht einmal getroffen Ich höre nur 2 Gegnern Hilfe Hier Ich bin grad auf dem Weg Hilf mir mit Ich bin auf dem Weg Ich bin auf dem Weg Ich kann dem Schneesturm schlechten Snipern Dann komm mit ran Dann komm mit ran Ja, Bein 280er Hit Wuhu Bein ist raus Ja, halt den Hier Hä? Warum was der denn da auf einmal? Dann will ich jetzt fest drauf Hä? Die sind ganz woanders wo ich sie sehe Ja, ja Das ist ein Lichtschwert Bug Ich schieß da hin Und Och Gott Alter Ich hol dich Malvin Ja da Leute Da sind doch noch die anderen Ja Die haben mich jetzt umgebracht Dann mach mal schnell Weil Malvin ist unser Healer Ja Ich hab die Heal Kanone Ich hab die Heal Kanone Versuchst du Benni seine Dings einzusammeln? Seine Karte? Kannst du ihn da auch noch? Ja Ne, Bennys Karte Ich bin doch... Ich steh hier doch Ich block ein paar Schiffe gerade Leute Leute Die pushen Aha Das sind 3 Stücken Nicht 10 Nur 2 Da sind aber 3 Ja, aber wir haben doch einen Ich will, ansonsten 2 Müssen auf Hier liegt was Goldes, Maven Ich mag was Goldes Achtung Mann, ich hätte ja was zum Schießen mal Wow Der hat eine Gäule Der hier oben hat einen Schildhit Ja Der hat eine Dingsra Was willst du mich verarschen, Alter? Trommelschrot halt Trommelschrotflinte halt Ja, die hat... Schießt sauscheiße schnell Okay So, zurück zur Lobby Okay Um...